Die anderen sind ja schon irgendwo auf Gebiet, wo es eigentlich relativ safe ist. Aber ich habe hier irgendwie Pech irgendwie noch. Jetzt wieder, seitdem der Knolle hier mit der Schroflinte auch noch gelaufen ist. Oh, jetzt hat es bei mir auch gewittert. Jetzt hat es jetzt gewittert, das habe ich eben schon mal gehört. Ja, da war es noch recht leise, jetzt ist es lauter. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ihr es gehört habt und ich habe es gehört, dann könnte es ja sein, dass wir dann relativ nah beieinander sind. Oh, das war jetzt ganz laut. Das war jetzt ganz laut, okay. Das heißt, wir sind wahrscheinlich ziemlich nah beieinander. Und gleich schlägt ihr ja so mitten drin ein, voll in die Elektrizität. Und dann haben wir hier die Pech. Dann haben wir kein Licht mehr. Ich sehe schon, gleich brennt mir der Wald hier ab oder so, ne? Dann bist du tot. Kochen für Anfänger, das kann ich mal lesen, oder? Vielleicht soll die das hier im Wald auch tun, ne? Das kannst du machen. Ich habe das schon gelesen. Ich habe Kochen für nicht mehr Anfänger im Inventar. Das werde ich jetzt gleich mal lesen. Okay. Boah, der liest ja ewig, oder? Liest ja das. Ja, der liest das schon. Ja, es gibt schnelle Leser und langsame Leser, ne? Ja, ich bin langsam Leser, ja. Naja, aber Kochbücher will ich auch langsam lesen. Ach, Mann. Interessante Lektüre. Ja. Total, weil man das auch nicht irgendwie ausprobieren kann, was gut schmecken, was nicht. Man muss dafür Kochbücher essen. Falls es bei euch anfängt zu regnen oder so, sagt Bescheid, damit wir das ungefähr vergleichen können, wie weit das entfernt ist mit dem Regen. Okay, ich muss hier was trinken. Ja, ich schleppe mich da mal gleich vor das Garagentor, dann sehe ich das. Vor das Garagentor. Vor das Tor, dann sehe ich das, ja. So, jetzt habe ich wieder Hunger, jetzt muss ich erstmal was essen. So. Wo ist das Hammelfleisch? Ich verstehe nicht, warum eine Flasche mit Mayonnaise, Unglücklichkeit und Langeweile. Hervorrufe immer die nimmt. Hat wieder gedonnert? Ja, hat wieder gedonnert. Also bei uns regnet es noch nicht. Regnet tut es auch noch nicht, es ist nur Blitz-Einschlacht da oder sowas. Kann man außer... Ich kann einfach nicht mit Wasser füllen. Das ist so kompliziert von mir her, siehst du mal. Da ist ein Zombie. I don't get it. Ah ja, du hast das... Du hast das schon. Da ist wieder ein Zombie in der nächsten Nähe, da kriege ich gleich wieder... Schiss. So, okay. Keine Ahnung, wie das mit den Büchern ist. Ich habe auf jeden Fall das Anfängerkochbuch schon gelesen. Aber ich weiß auch nicht, ob man das mehrmals lesen muss. Wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst, dann musst du es halt nochmal lesen. Also ich verstehe jetzt nicht, was er von mir will, weil ich kann Wasser nicht trinken. Das ist bestimmt sehr gefährlich. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Ja, ein bisschen Hunger habe ich auch. Das donnert und donnert und donnert. Es fehlt nur gleich wieder Regen und ich werde wieder beplattern. Nass, kriege ich eine Erkältung, Lungenentzündung und dann war es das wieder, oder wie? Das ist nicht zu glauben. Irgendwann geht das hier nicht voran. Hier ist doch ein Wasserspender, ne? Pass auf, ich habe nämlich hier zwei leere Flaschen, die würde ich gerne eigentlich mal auffüllen. So, dann auch eine Flasche. Ja, bei mir ist das Problem, man kann die einfach nicht trinken. Man kann die nur auf dem Boden noch schießen. Trinken macht er automatisch, kann das sein? Irgendwie war da was, meine ich. Obwohl, ja, da steht das hier gar nicht oben mehr, habe ich jetzt gerade gesehen. So, ich lese jetzt mit schönem Ausblick. Ich glaube, der macht das erst, wenn du nichts mehr zu trinken hast, dann wirst du durstig. Ich glaube, er macht das automatisch, ich bin mir aber nicht sicher. Okay, ja, das kann natürlich sein. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich habe auch sonst nie was zu essen mitgehabt. Ja, essen dürfen wir. Ist das wieder von vorne, oder was? Ist der doof? Ist der doof? Also, du kannst natürlich am Wasserhahn zum Beispiel gehen und sagen, trink was, dann trinkt er, dann ist er voll sozusagen wieder. Aber bei dem Essen, da kommt diese Meldung. Und beim Durst kommt es, meine ich, erst, wenn du nichts zu trinken mehr hast, kommt schon wieder Licht an mir. Ach, Reiters Schlüsselring haben wir hier in der Kiste. Super. Ich weiß nicht, habe ich extra mal da mit reingenommen. So, wo habe ich denn hier eben die Säge hingepackt? Ich würde nämlich gerne mal gucken. Hast du Baumstimmel zusägst? Ja. Für Bretter. Bei wem bellt denn da einen Hund? Zombies. Drei Zombies. Ich höre aber auch keinen Hund bellen. Ich habe den auch nicht gehört. Ich habe gerade einen Hund gehört. Aber hier im Spiel ist manchmal einer. Ich habe gerade einen Blitz gehört. Ja, das stimmt. Blitz war auch wieder da. So ab und zu hat man halt mal einen. Jetzt wird es ein bisschen windiger im Spiel. Kann das sein? Ähm, das weiß ich nicht. Oder der Dauer wird dauerhaft oder sowas meine ich nicht jetzt. Ja, also schon sehr spannend hier. Das ist genial hier durch den Wald zu laufen. Ich habe ein Zombie schnell weg und ich bin schon wieder an der oberen Karte, sehe ich gerade. Am Ende, da kann ich nach der Richtung gar nicht ausweichen. Das ist ja schon wieder drauf. Etwas gelangweilt, ja. Das würde ich auch nach meinem Kochbuch sein. So, wo zum Henke habe ich denn die Säge hingepackt? Ich habe doch... Ich glaube, ich lese das einmal mal auf Screen. Säge. Ich bin irgendwie falsch. Ich weiß auch nicht. Die Säge müsste eigentlich hier hinten drin liegen. Ich habe gerade eben, also in unserer vorherigen Folge habe ich eine Säge hier irgendwo in die Kiste getan. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, in welches. Es sind doch so viele Kisten, ne? Warte mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hier ist eine Axt drin. Das ist schon mal... Sehr super. Okay, ich kann jetzt rein theoretisch in das Dunkle gehen und kein Taschenlammern machen. Hört ihr auch Wind oder nicht? Geht jetzt mal aus? Ich fände Vogelswitschein. Das ist dann wohl nur im Wald. Wenn du im Wald bist, hörst du auch diese Windgeräusche. Interessant. Aber ich meine, das wäre letztens noch nicht gewesen. Gab es da ein Update, wa? Ja, okay, die Taschenlammern ist relativ dunkel. Das kann ich nicht sagen. Die schallt auch nicht sehr weit. Also wenn man die ausmacht, ist das genauso, also ungefähr. Dann haben wir wieder ein Zombie. Der läuft aber irgendwie in der falschen Richtung. Und ich habe die zweite... Ich bin jetzt oben links auf der Karte in dem Sinne und kann da nicht weder nach links noch nach rechts weiter. Das heißt, ich habe den Kartenrand, die Kartenecke auch dann sozusagen erreicht. Warte mal, ich kann noch jetzt. Ja, cool. Okay, dann irgendwas ist bei dir komisch. Ja. Ich spiele auf meinem anderen Server, ne? Irgendwann muss ich doch jetzt mal dann auch wieder Zivilisation finden können, oder? Interessanterweise am Kartenrand befinden sich auch Zombies. Ich räume mal die Batterien hier zu den anderen Batterien. Ach, da war der Falsche. Der hat ja auf den Boden gelegt. Boah. Also ist jetzt wirklich hier durch den Ball zu laufen nicht so super cool. Hier sind Klebestreifen. Gut, jetzt kann ich das Messer auch reparieren. Leine nicht ein bisschen was, oder wie? Ich finde diese Säge nicht mehr, ne? Das gibt's echt nicht. Ich kann ja auch hierüber machen, du. Das Messer reparieren. Ich habe doch Klebestreifen. Boah, ich laufe hier mieten. Oh, man muss in der Nacht durch den WaldILL. Oh. O, es hat aufgehört zu Zierp, oder? Ne, doch nicht. Jetzt ist es wieder da. Oh, man muss zwei. es wird einem zu fixieren ja sind wir im wald hier wenn man irgendwas baut dann kriegt man doch bestimmt auch skill dafür oder eigentlich sollte man da erfahrungspunkte für kriegen ja das lohnt sich doch bestimmt man hier ganz viele bretter und nägel hat das man ja könnte mir vorstellen dass man da auch besser durch werden jetzt ist aber die frage wo hast du das top zimmermann ich habe keine säge im inventar ich kann mir vorstellen dass mit dem küchenschutzmesser etwas schwer wird holz zu schneiden dauert etwas länger würde aber bestimmt auch gehen ich kann doch mit aufgrund der versuchen also irgendwie sehr seltsam ich habe auf jeden fall eben hier eine säge irgendwo hingelegt und die ist jetzt weg ein zombie mitgenommen dann kann man auf jeden Fall ersticht ich pass auf also es kann nicht sein dass ich hier nicht die zivilisation wieder finde so das schlimme ist eigentlich bin ich sehr davon überzeugt dass es genau die schüssel ist wohl die schüssel die kiste wo ich gerade hochstehe aber hier ist keine säge drin keine säge drin interessant hier sind nämlich lustigerweise alle anderen sachen würden die ich eben hier reingelegt habe du hast die säge geklaut das habe ich schon habe ich schon geguckt ich habe eine zucchini im inventar die kannst du vielleicht im kühlschrank tun ich weiß es nicht so ich habe aber noch zwei lagen im inventar die könnte ich eigentlich mal vor das fenster hängen ja ja das war fenster einschlagen genau das wollte ich damit tun und was hast du in der folge macht ich habe förster gespielt bäume gezählt ist das nicht eigentlich pausen klaus aufbauen der war doch der waldarbeiter wie mache ich denn das noch mal rechtsklick und dann mit lagen abdecken oder so aufs fenster aufs fenster ja und da habe ich die lagen mitgenommen ja ach so warte ich habe die im rucksack ja das könnte sein die säge vielleicht auch im rucksack naja das sagst du uns jetzt so und gleich sagst du ich habe die irgendwo in der kiste gefunden war das denn weiter vorne oder hinten wo die fallen lassen hast wo hat er denn jetzt das laken hingesetzt das musst du noch mal runter machen vor dem zuziehen clever clever was man alle mit so einem laken machen kann ich hatte eins und habe zerrissen doch weil ich verbände brauchte und als ich zerrissen hatte habe ich auch die verbände gefunden da waren da waren es mir mal 16 komischerweise so laken anbringen vorhänge zu ziehen so damit ist unser unser aufenthaltsraum hier auf jeden fall schon mal ständig mit lagen drängt ja bitte mal eine sache kommen wir gerade hierhin wo ich stehe zu der kiste wo stehst du die säge gefunden werden hier auf dem boden wenn du davor stehst das alles auf den boden fallen lassen oh nein da ist auch die säge bei da ist auch die säge bei ich mach mal alles auf da ist nix in der kiste drin ist klar liegt halt da vorne weiter was liegt da noch alles bei ich schiebe das alles auf es klingt alles aus der kiste raus ich hab mir jetzt ich hab mir jetzt ja ich hab mir groß gemacht das liegt erst dann wieder rein wieso sieht jetzt alles auf dem boden naja es ist was ich mir in dem wald ja was soll ich sagen kann man denn die bildschirmansicht irgendwie drehen wisst du das ne ich glaub nicht ne ich hab schon zufrieden ich kann auf jeden fall hey rufen mit kuh ja das hilft mir nicht aber hier so jetzt brauche ich nur noch ich bin schwebe lano ich weiß nicht ob der ein schwebe lanschrat ist oder irgendwie sowas aber er läuft nicht aus dem wald raus und ich brauche einen hammer den hast du doch auch dann ne ja 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 da nehme ich mir mal rein ach jetzt bin ich schwebe lahn kommt mir gegen was rein kann ich da reinlegen holzkleber und literatur tja da ist die kiste voll ich find's faszinierend durch den wald zu laufen immer noch ja ich seh nichts anderes wie wald ich weiß nicht was das soll ich mein immer noch faszinierend ja ich hab jetzt mal drei spiked längst gebaut die wald folge so sieben zwei und seine meine fähigkeiten r Prozent also sie sind kohle geschlagt genau ins kommand durch und wb so eigentlich kann er ja bei mir gar nicht krank werden im wald ist man doch immer bei frischer luft und so ist doch alles gesund oder das stimmt ja und das stimmt und ist auf jeden Fall deutlich leise als die schrotflinte da hast du auch recht okay so okay so ich hab jetzt ein Säge im Inventar ne ne ich guck jetzt erstmal was man hier mit den Baumstäben machen kann die kann man zersägen und die kann man anbohren jetzt hat er schon wieder jetzt hat er schon wieder Hunger jetzt essen wir erstmal wieder ich bohre mal einen an wieso kannst du denn anbohren wahrscheinlich weil ich ein Messer der kann mir ein Messer glaube ich anbohren der ist immer ein Viertel von dem Hammelkotelet ist das nachher so wenig von dem Viertel weil immer noch ein Viertel überbleibt ich hab das bringt wie interagierst du denn mit dem Holz hä wenn ich da rechte Maus hast du draufklicken krieg ich nur gehe zu ich hab ne Säge und ein Messer ja wenn du kein Werkzeug dafür hast wo du das mit bearbeiten kannst zeig das glaube ich nicht an jetzt hab ich ein angebohrtes Brett was kann man denn damit machen ach so das muss man wahrscheinlich primär ausrüsten Säge primär ausrüsten das könnte sein ja nein muss man nicht nicht? ne muss man nicht wenn ich auf den Baumstamm klicke kriege ich da nur gehe zu ach so einen falschen Baumstamm ich muss doch mal aus dem Wald raus wenn hier wenigstens irgendwo so ein Hexenhäuschen wäre oder sowas in welche Richtung läuft das da wäre vielleicht noch ein anderer zur Zeit laufe ich hier nach unten auf dem Bildschirm nach Süden oder wie man das auch einmal nennen würde weiß ich nicht Süd ok das ist gerade ganz dunkel geworden genau es ist viel dunkler geworden noch ein bisschen ich glaube wir sind auch jetzt gerade schon wieder bei 17 Minuten ok ja das passt das ist doch hier richtig perfekt war es schon wieder ein Lagerfeuerkit mit zwei Baumstämmen und ein Buch das ist doch richtig passt da kann man oh ich friere da kann man schön das Kochbuch reintun vielleicht kann ich hier irgendwelche Sträucher mit Bären anklicken oder so und weiß das gar nicht nach Nahrung suchen geht hier sogar guck jetzt sucht er hier tatsächlich im Wald nach Nahrung krass Technik die begeistert nichts gefunden steht da gleich wetten ich konnte im Zaun nach Nahrung suchen das weiß ich noch ok der Balken ist gleich voll ich kriege das durch die ich nicht friere ist aber wohl nichts passiert ich habe wohl nichts gefunden liegt ja noch mal auf dem Boden rein so ich gucke mal dass ich hier eine größere Freifläche habe ja hier sieht es ganz gut aus und dann man muss Rechtsklick auf die Säge machen nicht auf den Baumstamm ok aber auf den Baumstamm Rechtsklick machen also bei mir nicht kriege ich kein Menü komisch also ich habe jetzt Holzstöcke hergestellt das ist ein Problem ich friere und ich habe alles an was geht gut dann solltest du eine Heizung anmachen also ein Lagerfeuerkit herstellen also brauche ich doch ein Buch aber ich nehme das nicht ich nehme nicht das Kochbuch oh ich kann Schienen herstellen was für Schienen zum Armschienen oder zum Eisenbahnfahren nein nein zum Armschienen ok wie cool ist das denn äh Zombie super ich stelle mal ein paar Schienen her falls sich jemand ein Arm bricht ein Arm bricht genau ah dazu braucht man Stofffetzen cool ich habe noch welche ne ich weiß passt ich habe ich habe mal acht Schienen hergestellt pass auf wir sollten aber irgendwie vielleicht mal gucken dass wir ein bisschen Sortierung hier reinkriegen wo packen wir die Medizin die Folgeband genau achso ja das ist auch eine Idee so ich bleibe mal hier stehen und dann schauen wir mal weiter oder ok wer begrüßt dich ne dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir würden uns freuen wenn ihr uns bald wieder besucht und nicht so eine Waldsendung euch angucken müsst dass ich da wieder rausgefunden habe ich bedanke mich recht herzlich bei dem Pausenklaus bis zum nächsten Mal und auch bei dem Knolle spielt bis dann tschüss tschüss tschüss